Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop. Kommt auch schon in wenigen Sekunden raus, heute also wieder eine Live-Reaction. Falls ihr neu hier auf meinem Kanal seid, lasst unbedingt ein Abo da. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass heute wieder was Neues kommt. Es ist ja wieder von Donnerstag auf Freitag. Da bekommen wir ja in der Regel eigentlich immer neue Items rein, was wir jetzt aber eigentlich die letzten Tage immer hatten. Also wir hatten jeden Tag was Neues drin. Also mal schauen, ob heute denn überhaupt was Neues reinkommt. Let's go. Und... Was? Was ist das denn für ein Skin? Und eine neue Hacke? Ich glaube, die waren noch nicht geleakt. Also die waren noch nicht in den Gamefights gefunden worden. Heftig. Okay. Richtig geil. Also werden wir uns jetzt gleich beides anschauen. Wie immer könnt ihr mir natürlich gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann fangen wir jetzt an mit der Dämonika für 2000 V-Bucks. What the fuck? Mit dem Skin hat glaube ich niemand gerechnet. Alter, der hat so einen Brenneneffekt, oder? Der hat so Flammen dran. Das schaut cool aus. Auch unten an den Schuhen. Nice, ey. Die Flügel sind auch cool. Die sind mal ein bisschen kleiner. Ich fand die letzten Flügel, die waren mir ein bisschen groß. Also die haben so viel vom Bildschirm verdeckt, wenn man damit gespielt hat. Aber die schauen schon cool aus. Der Haarschnitt ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das hätte bestimmt cooler sein können. Aber sonst? Nice, schaut cool aus. Dann haben wir noch natürlich die Hacke dazu. Die heiße Hacke für 1200 V-Bucks. Schaut so ein bisschen aus wie eine Gitarre. Ich glaube, dadurch bestätigt sich mein Eindruck, dass diese Dämonika hier so ein bisschen Rockstar-mäßig angehaucht ist. Vom Outfit her. Deswegen, die schaut wirklich sehr aus wie eine Gitarre. Hier unten mit diesem Gitarrenhals und mit diesen Saiten. Mal schauen, wie sie sich anhört. Wow, das ist ja irgendwie ein bisschen enttäuschend. Also die schaut wirklich ziemlich heftig aus. Auch mit diesen Flammen hier oben. Und dann klingt die so... so lame. Hm. Sie hat wenigstens einen coolen Effekt. Also dieses Leuchten, was ich ja auch letztens angesprochen hatte, dass ich mir das wünsche, dass das bei mehr Hacken kommt. Haben sie jetzt auch gemacht. Aber ich weiß nicht, der Sound ist irgendwie ziemlich lame. Das ist ein bisschen schade. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die beiden neuen Sachen findet. Also sowohl den Skin als auch die Hacke. Ähm. Ich denke, ich werde den heute auch wieder verlosen. Das heißt also, falls ihr den gewinnen wollt, falls ihr den kostenlos haben wollt. Ich verschenke heute den Skin an all meine Creator-Supporter. Das heißt also, jeder, der hier Snoxy als Creator eingetragen hat, schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare rein. Also schaut mal nach, ob ihr das noch eingetragen habt. Alle 14 Tage muss man das ja neu eintragen hier in das Feld. Also einfach hier Snoxy reinschreiben und dann, wenn ihr das gemacht habt, gerne mal ein Hashtag Snoxy unten in die Kommentare, um hier am Gewinnspiel teilzunehmen. Und heute den Skin hier geschenkt zu bekommen. Und ja, das war es dann schon zur linken Seite. Kommen wir jetzt zur rechten. Da haben wir erstmal die Luftrettung drin. Den, äh, Heli. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie immer noch keine Fenster hat. Ich meine, das wäre doch nicht so schwer gewesen, hier einfach von mir aus getönte Scheiben reinzumachen. Hätte mir irgendwie ein bisschen besser gefallen. Dann das Wassereis für 800 V-Bags mit diesem coolen, ähm, Dampfeffekt. Ja, das ist ganz cool gemacht. Dem Sound. Dann der Highrise Trooper. War mal ziemlich selten. Inzwischen halt eher so ein Default-ähnlicher Skin. Äh, ist nicht unbedingt ein Muss. Dann noch das wahre Herz. Ja, eine der besten Melodien im Spiel. Also die Musik von dem Emote ist richtig geil. Dann haben wir noch den Elektroswing. Ja, und ziemlich cooler Emote. Beide Melodien gefallen mir sehr, sehr gut. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir immer wieder den Kommando-Skin drin. Schon eine Weile jetzt hier nicht mehr im Shop gehabt. Und der passt auf jeden Fall richtig gut zu sehr, sehr vielen Rücken-Accessoires, weil er halt so neutral ist. Ähm, deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Und joch, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr... Oh, danke an Anandas Budi für dein Abo, Leute. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, macht das jetzt auch schnell. Ich hab mein Stream-Overlay noch an. Also danke an jeden hier, der gerade abonniert hat. Und wie gesagt, nehmt auch unbedingt am Gewinn-Spiel teil, wenn ihr heute den Skin hier geschenkt haben wollt. Einfach nur Snoxy hier als Creator eintragen. Und wenn ihr das gemacht habt, ein Hashtag Snoxy als Kommentar unten reinschreiben. Und ja, dann nehmt ihr da automatisch teil. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen entspannten Tag. Wir hören uns nachher wieder zum Streamen. Bis dann, macht's gut oder drei. Tschüss!